Eschenbach in Mühlau bei Chemnitz. Dieser Name steht inzwischen seit 20 Jahren für höchste Qualität in Sachen Zeltbau. Doch nicht nur dafür, denn in den vergangenen zwei Jahrzehnten ist der Dienstleister im Gewerbegebiet an der B95 immer weiter gewachsen. Mit ihm auch das Angebot und die Mitarbeiterzahl seit 1991. Wir haben mittlerweile 25 Festangestellte und befassen uns nicht nur mit dem Verleih und Verkauf von Zelten, sondern eigentlich mittlerweile auch einen großen Anteil mit der Konfektion von Cabrioverdecken, Polsterei, Sattlerei sowie Schaukeldöcher, Markisen, Sonnenschutzartikel allgemein. Und eben für Indofell, also auch für den Endverbraucher, wenn jetzt einer eine Garage, einen Carport braucht, auch das ist unser Metier. Für spezielle und maßgefertigte Ausführungen hat die Eschenbach GmbH in Mühlau eine eigene Produktion. Die qualifizierten Mitarbeiter produzieren hier sowohl passgenaue Zeltkombinationen für die Kunden, als auch Markisen, Sonnenschutzartikel, Segel oder auch Abdeckungen, zum Beispiel für Boote. Und das für einen großen Kundenkreis. Ich freue mich immer, wenn noch Familien kommen und eigentlich ihren Schulanfang mit uns feiern. Also mit uns, sie kommen, mieten ein kleines Partyzelt für ihren Garten. Freut mich genauso, wenn wir in der Industrie, wir dürfen auch für, ich sage jetzt mal, Automobilkonzerne Neuwagenpräsentationen machen. Vom Getränkehändler bis zur Industrie, alles möglich. Passiert ist da zudem sehr viel in den vergangenen Jahren. Dieses zweigeschossige Zelt ist dafür nur ein Beispiel. Die Möglichkeiten sind pralt gefächert, können auch individuell angepasst werden. Und das auch in den kommenden Jahren, denn die Eschenbach GmbH will weiter investieren. Wir sind gerade auf der Suche, hier am Standort Mühlau unbedingt noch Gewerbefläche zu bekommen, weil wir einfach, oder ich das einfach denke, wir werden investieren müssen, weil wir wachsen. Ich sehe einfach momentan eine gute Situation bei uns. Wir sind auftragsmäßig sehr gut dabei und können und tun auch wachsen. Wir haben jetzt allein die letzten vier Wochen drei neue Mitarbeiter eingestellt. Vor allem die Produktion soll bei der Eschenbach GmbH weiter ausgebaut werden, damit den Kunden von der Sonnenmarkise bis zum exklusiven Partyzelt auch weiterhin alles geboten werden kann.